In den vergangenen Monaten hat Dortmund mit Blick auf das Nachtleben viel auf die Beine gestellt. Corona hat ja einiges zum Erliegen gebracht, jetzt läuft's wieder. Es gibt einen Nachtbeauftragten in dieser Stadt. Und vergangenen Samstag gab es ein bundesweites Treffen von anderen Nachtbeauftragten bzw. NachtbürgermeisterInnen, wie sie in anderen Städten heißen. Womit konnte Dortmund denn da am meisten punkten? Womit haben Sie die anderen beeindruckt? Also erstmal beeindruckt mit unserer Gastfreundschaft, aber daneben natürlich auch mit Projekten, die auch einmalig sind. Und vor allen Dingen mit unserem Teamwork, das wir hier haben in der Stadt. Welche Projekte sind das denn? Die Dortmund Guides, dieses Deeskalationsteam für öffentliche Flächen, ist sehr gut angenommen worden. Und teilweise sind Städte nur wegen dieses Panels zu diesem Thema angereist. Es gab eine große Konferenz Stadt nach acht, die normalerweise in Berlin stattfindet, diesmal aber in Dortmund war. Und im Anschluss gab es eben dieses große Treffen der Nachtbeauftragten. Bei diesem Panel gab es da auch immer mal wieder Nachfragen und ein neidisches Draufgucken, wie Dortmund das schafft? Absolut ja. Wir sind Innovationshauptstadt in Dortmund und da sind wir nicht ohne Grund. Wir arbeiten mit agilen Methoden, dezernatübergreifend, mit anderen öffentlichen Institutionen zusammen. Und genau dieses Teamwork führt zu diesen Ergebnissen und das wurde sehr positiv von den anderen wahrgenommen. Könnten Sie sich denn auch was von den anderen abgucken? Absolut. Wir sind ja im Wissensaustausch mit den anderen Städten. Das ist ja auch der Grund so eines Treffens. In Berlin gibt es Freiluftgesetze für Kids. Da gucken wir auch mal drauf für nächstes Jahr, was wir da übernehmen können. Aber es ist auch immer wichtig zu sagen, jede Stadt braucht die eigenen Konzepte. Freiluftgesetze, was heißt das? Das heißt, öffentliche Flächen werden unterschwellig, ohne viel Bürokratie-Kids zur Verfügung gestellt, um eine Open-Air-Veranstaltung im Sommer durchführen zu können. So in der Richtung ist das. Was haben Sie sich denn als nächstes vorgenommen? Die wichtigste Aufgabe ist für mich, so ein bisschen Klebstoff zu sein zwischen Nachtkulturbetreibenden, Clubbetreibern und der Verwaltung und da Berührungsängste, die es immer noch gibt, abzubauen. Und das ist das, worum ich mich jetzt vermehrt kümmern werde. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.